Musik Heute an unserem 21. Türchen gibt es natürlich noch was Großes zu gewinnen, denn wir haben hier so eine große Box und wenn ihr da schaut, steht da Guitar Hero Live drauf. Ja, gibt es heute zu gewinnen. Aus dem Hause von Activision gibt es heute Guitar Hero Live, nicht für eine Konsole, nein für eure mobile Endgeräte, iPhone, iPod und iPod Touch. Das Ganze könnt ihr heute gewinnen. Für eure mobile Konsole lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr mal gerne ein bisschen Gitarre spielen möchtet auf eurem iPad oder auf eurem iPhone. Macht es einfach gerne mal mit. Wie das ganz einfach mitmachen geht, ist ganz einfach gesagt, ihr schreibt uns einen Kommentar unter advent.iflick-uv.de. Gerne könnt ihr natürlich auch unter YouTube mitmachen und dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr das ganze Spiel gewinnt, geht der Hero Live für die mobile Endgeräte iPod, iPhone und iPod Touch. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und macht Spaß nicht mit. teilen, liken, kommentieren, Twitter, Facebook, Google+, freuen wir uns gerne. Deshalb, los geht's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017